Es sitzen 30 Leute in diesem Raum und ich so, oh mein Gott. Das Ziel des A-Campus war, dass wir etwas für die Leute kreieren wollten, wo sie Wissen konsumieren können, aber auch Spass haben. Und das Gemeinschaftspiel wieder auf die Beine stellen. Ich glaube, es war mega cool, weil man verschiedene Leute vielleicht anders kennengelernt hat und sonst arbeiten, dadurch, dass sie einem Vortrag gegeben haben. Wir sind noch nicht mal das angepassteste Wesen auf der ganzen Welt. Das ist die Kaka-Lacke, by the way. Er zeigt die grosse Vision auf Spill. Wie wäre es ihm richtig? Wo wäre er hin? Es ist aber umso schöner, dass man merkt, dass die Leute Freude haben und alle so zahlreich teilgenommen haben an den verschiedenen Workshops und Referaten. Das war cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.